So, wir sind jetzt hier, Küche, der Flieger geht gleich, hier Bett, hier Klo, geht mal nix, Wiegel, hier kurz Bad, der versoffene Lutz. Geil, geil. So, jetzt gehen wir hier, der Pratsenbaum, Scheiße, sehr schön, ja, 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 ja. So, jetzt geht es hier weiter, da ist auch noch ein Zimmer. Und hier, wo hat der Lutz, hier hat er sein Bettgestell weggemacht, weil es knarzt und knallert. Und hier, schöne Lampe auch. Ja, ansonsten hat er hier schreiblich Börsenposter, Kalender. Und die sind vom Vermieter, glaube ich, abgerippt, deshalb hier auch ein bisschen länger als dort. Das können wir hier noch genauer sehen. Ja, da länger als hier, genau. So, gehen wir mal weiter. Hier auch die Präsenkammer. Kann man auch noch mal als Zimmer vermieten oder so. Würde in England irgendwie so 400 Pfund kosten. So, und da ist auch wieder der Torben. Und der hat schon Angst, dass wir jetzt hier auch den Flug verrasen. Und deshalb gucken wir noch mal kurz hier rein. Ja, ne, also. Und da ist auch die Tür. So, jetzt sind wir wieder hier am Ursprungspunkt angelangt. Gucken wir noch mal hier schnell die Küche. Die ist noch in schönem sowjetbraun. Und hier gibt es auch ein Fenster. So, tschüss. Mach es.